Das hier ist die erste Maschine, die genau das mitbringt, was wir brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich an die Bestellung denke, ist es unglaublich, wie viele Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Wir konnten unsere Idealmaschine genau nach unseren Bedürfnissen zusammenstellen. Das Schlüsselsystem KICK ist ein sensationeller Fortschritt. Wir brauchen keine langen Einweisungen mehr in das Gerät. Wir können die Einstellungen vorgeben, die der Bediener für seine Reinigungsaufgabe braucht. Und nur er kann dann mit seinem Schlüssel starten. Das spart uns Betriebs- und Servicekosten, weil es praktisch keine Fehlbedingungen mehr geben kann. Zum Beispiel durch falsche Dosierung. Das ist der Dreh für eine längere Laufzeit. Mit der Eco-Stufe kann ich deutlich länger arbeiten und leichter wird die Maschine ab. Das ist die ein bisschen Quick Fill-In, mit dem ich kann den Reservoir für die Wälder für die Wälder mit einem Schlag. Ich habe einfach die Begrössemmelung geöffnet und öffnet die Wälder. Wenn der Reservoir verabschiedet wird, wird die Wälder automatisch verabschiedet wird. Wie vorhin, kann man die Wälder für die Wälder verabschiedet werden. Aber es ist leichter, mit dem Begrössemmelung der Wälder für die Wälder für die Wälder. Das ist auch eine besondere Wälder. Die Wälder für die Wälder für die Wälder für die Wälder. Die Wälder für die Wälder sind nicht notwendig, es gibt keine Wälder für die Wälder. Und das ist alles sehr gut. Das wirklich ökonomiert die Wälder. Und das ist auch noch nach der Wälder. Ich einfach mit dem Schlauch zu verabschiedet, die Wälder für die Wälder verabschiedet werden. Und die Wälder mit der Wälder verabschiedet wird, und die Wälder verabschiedet wird, und die Wälder verabschiedet wird. Die Wälder für die Wälder für die Wälder. Die Wälder für die Wälder für die Wälder. Das ist die Wälder für die Wälder, die Wälder für die Wälder für die Wälder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017